Pneumo-Zell Pneumo-Zell, das ist ein Bausatz aus riesigen aufplatzbaren Zellen, die man wie die allseits bekannten Lego-Bausteine in vielfältiger Weise rasch zusammensetzen und auch wieder zerlegen kann. Es sind luftdicht verschweißte Polygone, die an den gleich langen Kanten mit Reißverschlüssen zu kompletten Konstruktionen verbunden werden. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten sind lediglich durch die Fantasie des Anwenders begrenzt. Eine Pneumo-Zellkuppel mit 11 Meter Durchmesser und 6 Meter Höhe wiegt lediglich 225 Kilogramm. Ein normales Zelt in vergleichbarer Größe wiegt bereits 475 Kilogramm. Und in Holz konstruiert wäre das Gewicht bereits bei fast 10.000 Kilogramm. Dadurch hilft Pneumo-Zell viel, Treibstoff und CO2 zu sparen, vor allem beim mehrmaligen Transport wie im Messebau. Es gibt für Pneumo-Zell zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Events, Messen, Hilfsorganisationen, Gartenpavillons, Poolüberdachungen, Spiel-, Sport- und Freizeit. Bis zum nächsten Mal.